Einen wunderschönen guten Morgen! Es gibt Rührei mit Speck und noch machen wir keine Kerze an. Wann ist das eigentlich? Diesen Sonntag? Morgen? Nein, es ist doch am ersten Sonntag von Dezember. Achso, na gut. Ich glaube nächste Woche ist es. Mann, es ist so stürmisch. So, Weihnachten kann kommen und zwar, tata, ich habe ganz viele Kartons eingekauft, wo ich die ganzen Weihnachtsgeschenke reinpacken werde, in denen ich die ganzen Weihnachtsgeschenke reinpacken werde. Ich werde nämlich meinen ganzen Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen und meinen Freunden nämlich dieses Jahr was Selbstgemachtes schenken und es kommt da rein. Ich freue mich schon. Ich gehe jetzt wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach und zwar Laubsaugen. Hier liegt nämlich wieder genug Laub rum, was ich saugen kann. Anderthalb Stunden Laub gesaugt und es sieht richtig toll aus. Guck mal hier alles wieder blitzeblank. Schön. Mensch, das ist halb fünf und schon dunkel. Ja, Mensch, also das macht mir irre viel Spaß, dieses Laub-Dingsen. Laubsaugen. Blatt. Zack, raus damit. Ja, also, das macht mir richtig viel Spaß und ich bin richtig glücklich und motiviert und sogar durchgeschwitzt. Also ich muss jetzt erst mal unter die Dusche. Dann gibt es auch gleich noch eine Haarkur und so weiter. Und gegessen habe ich heute bisher echt erst das Rührei. Ich habe noch gar nichts gegessen und es ist schon halb fünf. Das ist nicht gut. Ich werde gleich Abendbrot kochen. Abendbrot. Ich habe Kartoffelstampf gemacht mit Wurst. Und ich habe mir statt einer Bratwurst eine Dorade gemacht im Ofen. Die ist jetzt endlich auch fertig. Ey! Jungs! 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 Untertitelung des ZDF, 2020